Und damit wieder herzlich willkommen Leute zu einer kleinen, aber feinen Runde Minecraft Skywars hier auf dem... äh... wie hieß der nochmal? Ich glaub der ist bei mir. Ach, das ist wieder die Scheiße hier. Diese Nummer 1 Scheißkarte ist das. Ich glaub das wird eine sehr schnelle Runde. Weil ich befürchte, dass schon welche oben drauf sind. Und ich einfach sehr schlechtes Equip habe. Das schlechteste Equip, glaub ich, grad... Nein! Wo? Oben. Ist mal ne Angel. Mist. Oh, 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 oh. Okay. Der will mich ein bisschen mit Wasser rauslocken. Komm schon, zeig dich. No. Nein! Boah, ich hasse diese verhurte... Leute, das ist auch die letzte Dreck-Map, die es gibt, ey. Wir spielen auf jeden Fall noch eine Runde, Leute. Bis gleich! So, Leute, wir befinden uns dann in der nächsten Runde Skywars. Oh, wir haben auch einen Bogen und Pfeile. Sowas macht mich immer glücklich, wenn ich beides kriege, ja. Ja, und Waffen haben wir hier nur scheiße. Ich glaub, mehr gab's hier nicht an... ach doch, da gab's noch eine Truhe. Wir haben sogar direkt noch mehr Pfeile bekommen, Leute. Das ist auch verzaubert. Brost! Wir sind komplett Iron. Das ist nice. Dann machen wir den. Den, den, den. Ne, das wollte ich eigentlich getauscht haben. Und ein bisschen bei Choufret machen wir auch noch einen. Ich könnte ja MLG machen, wenn ich MLG könnte. Boah, der wird hart. Und treff ihn! Oh! Das, das war hart für den Kollegen, Leute. Und wenn ich jetzt Pech hab, passiert mir das Gleiche. Ich hab keine Klötze mehr drin. Wie ich das schon mal schach, ich hab keine Klötze mehr drin. Ein Eisenschwert, Diamond-Schuhe. Ein bisschen Fleisch. Diamond-Schuhe. Zieh ich an, das kann weg. Da ist ein Spieler. Den will ich mich jetzt gerade nicht anlegen, wenn ich ehrlich bin. Möchte lieber noch was looten. Bevor ich jetzt zu dem hingehe. Wadert dein Kopfteil, wadert und die Beine waren das in Diamond. Moment. Der kommt mir aber immer näher. Gefällt mir nicht. Der kommt mir echt immer ein bisschen näher. Ich versuch, mal ein paar Pfeile abzufahren. Diamant-Schwert. Nein! Nein! Ich war voll Diamond. Nein! Egal, Leute. Wenn euch das Video, wie das ein bisschen gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal. Besucht mich bei Facebook. Twitch um Twitcher. Twitcher. Twitch. Twitch nur. Alles ist unten verlinkt, Leute. So wie auf der Kanalbeschreibung natürlich. Und wie gesagt, lasst ein Abo hier. Da wäre ich euch sehr dankbar für. Und damit bis zum nächsten Mal, Leute. Euer Xaxa. Ciao.